Ja und herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk 2077. Wir sollen hier jetzt Geräte scannen, um die Umgebung zu sichern und zu überprüfen. Okay. Äh, okay, ich komm gleich. Ich will gerne noch kurz hier ein bisschen umschauen. Vielleicht gibt es ja was Spannendes. Ich denke mal, wenn die Mission dann richtig anfängt, haben wir die Zeit nicht mehr. Um uns hier umzuschauen. Wir können vielleicht auch später noch hier hinkommen. Aber ich bin mir nicht so sicher. Ein Explosive Neuron-Zapping-Entertainment. Catering zu Humanities-Basist-Instituten. Interviews mit Stars! Bis dann. Sorry, Jax, aber ich verziehe mich. Hab die neuen Kühlschränke unter die Parik gepackt. Die Fässer aufgestellt, Zapfhände laufen, der Schaum auf dem Pro-Zapf ist super. Jetzt brauchst du nur noch ein paar verfickte Kunden. Dann können wir darüber reden. Aber im Ernst, ein freundschaftlicher Rat. Verkauf den Scheißladen endlich. Einfach. Die Stadt wird nie fertiggestellt. Die haben dich mit den billigen Krediten total verarscht. Da bin ich mir sicher. Ich habe ein Gefühl für sowas. Naja, wenn du irgendwas brauchst, meld dich. Ich gehe zurück nach den See und schenke da Bier aus. Bis. Bis. Ich gehe zurück nach den Scheißladen. Die erste Propheten, die spüren die Gäste für die Selbstständigkeit. Kommt das! Kommt das! Lass das! Es ist nur ein Schock! Sie schicken in deinem Gehirn, damit du die Möglichkeit, sich zu reflektieren! Nichts, der Geld hätten wir gesehen. Alles! Ich bin gerade in Schock. Ich dachte gerade irgendwie, ich würde da in die, keine Ahnung, in die Backrooms runterfallen. Okay, hier gibt es, glaube ich, nichts mehr. Hier kommen wir wahrscheinlich nicht rein. Diese Häuser. Nope. Ist schon ein Reisepunkt? Gibt es hier auch? Könnte ich theoretisch später nochmal zurückkommen, wenn es nötig wäre. Da gibt es auch noch was. Ich will mir noch kurz diesen Laden hier anschauen. Eine Werkstatt. Ohne Strom kommen wir da gar nicht rein. Ohne Strom kommen wir da gar nicht rein. Okay, gut. Dann, äh, ich komme per name. Ich habe mir keiner Lust. Ach so, da bist du. Sicherung ist krass. Sicherung ist krass. Ich habe die Bremse gefunden. Aber es gibt keine Ruhe an ihnen. Nicht zu worry about. Komm runter. Ich weiß, wie die Basterde zu erinnern. Okay, ohne Strom also. Da gibt es auch noch eine Kiste. Sorry. Ich muss looten. Ich muss es tun. Okay, weiter nach oben geht es nicht. Okay. Jetzt geht das noch mal rein. Gewahrsam öffnen. Hm. Schade. Da kommen wir nicht hinein. Wir wissen nicht, wie viele kommen. Meine Meinung ist, es wird eine Sitzable Crew sein. Second, wir müssen eine Öffentliche eine Öffentlichkeit zu kommen. Wenn sie zusammenkommen sind, dann wird es nicht ein Chance geben. So wir geben ihnen ein bisschen Licht Show an der Intersection? Ja. Wir werden ein Leben in dieser alten Stadt. Als sie sehen, sie müssen die Lichts sehen, sie müssen die, warum und wie. Nova? Ja. Wir starten die Kontroll-Terminal unten. Die Geer auf dem Ruf ist ein Hunk of Junk, ohne es. Kommt, wir geben es ein boost von der Batterie-Batterie. Das soll die Trick machen. Warte mal bei der Substation. Ich bringe das Auto her. Alright. Hört sich gut an. Eine Zukunft in Rocky Ridge. Rocky Ridge. Ein wahres Paradies. Fernab vom Grossstadt-Lärm. Ein neues Bauprojekt, ganz in der Nähe von Night City. Rocky Ridge ist nicht nur ein wunderbares Zuhause für zu erschwinglichen Preis. Die ersten Wohnungen können bereits reserviert werden. In hervorragender Lage mit einer tollen Anbindung, dank der geplanten Erweiterung des Freeways. Nein, das Vorhaben bringt auch frischen Wind in eine Gegend, in der es schon bald zahlreiche neue Jobs geben wird. Baut euer Haus nicht auf Sand. Baut es in Rocky Ridge. Ah ja. Das ist dann wohl nie passiert. Das ist dann wohl nie passiert. Das ist dann auch nicht. Das ist dann auch nicht. Ich habe eine Beispiele für die Kraft. Das muss man tun. Wir müssen einfach auf die Reise aufstehen. Grab die Jumper-Kabel aus der Trunk. Wir werden die Baterie von der Fahrrad. Okay. Was haben Sie gemacht? Was hat denn ich bemerkt? Hat denn ich bemerkt? So So Jetzt die Schmuck Jetzt die Schmuck Da geht's Die alten Jaloppen hat uns gut Okay, ich habe die Vultage Start die Terminal in der Mitte Und als die Power auf in der Geburt, auf die Ruf Du hast es? Ich setze auf die Tower Wir haben die ganze Intersection auf eine Plattere Du schraubst die Brekers, wenn ich die Signal für das tun, verstehe? Ja, Ma'am Sieht nicht so safe aus Okay, jetzt kommen wir doch in das Gebäude hinein Wait a second Nee Okay, von der anderen Seite vielleicht Vielleicht Just break the glass and dive in That's not as if someone will send you a bill So blick das Glas Das Fenster So, sorry Hab ich gar nicht gesehen Bedienungsanleitung So They are accurate Also, Carlos nicht zwitsch Switchgears got power Prime We'll have some fun at the intersection Let's get into position Okay, ich bin gespannt Let's go So, von da, von da glaube ich Got it Cover me just in case Of course They're rolling in In my thorn You see her? Really, really hard to miss Let's take them by surprise Let's try to do this quietly If anything happens I'll start picking them up Sound good? Sounds great Listen son of a bitch, Buzz You Wait for him here Get good and ready The show starts Now Let there be light Habs den Strip get sailed? Erstmal schön Verzeugung starten Shit, den hätt ich ausschalten müssen So ist So shit Get her Es war geplant Es war geplant Das leise zu machen Ich glaub's Ja, ich möchte zwar eigentlich Ich lade, sorry, tut mir leid Es war geplant Es war geplant, das leise zu machen Ich hab's vergessen Sorry Wenn, dann würde ich's gerne schon so durchziehen Wie's geplant ist Einig, einig, miny, miny moe Catch a tiger, chill, slow Let's look for the girl with the mohawk Call us a bunch Poli di should 50 at this spot und machen Sie meinen Meade-Puppet! Also, wer es aufgenommen hat? Vielleicht von oben. Aber ich könnte... Wir der Tribe. Wir sprechen, Jax. Ich bin nicht, ich sage Ihnen. Willst du mit den Rats essen? Du hast fast alles unter den Rats. Wie ist das, was du? Huh? Wir müssen auf die andere Straße nehmen. Es ist nur ein Teil unserer Zeit. Okay. 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 Muito gut. SoIO. Balance! Sie möchte die Album bringen kommen. Ich versuch es leise zu machen. Ich versuch es. Wir werden die Brüder entfernen. 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 Kommt die Verseuchung. Und dann geht's. Der ist der stärkste. ich das so sehe. Deswegen, äh, kurz Schluss. Am Ende. Oh, kommt wieder hin. Komm schon. Regenerier dich. Das war's. Lief ziemlich gut. Dann geht wieder ein Shit. Und gibt's auch noch was? Wer bist du? Koki und Marty. Hab ein 3 Uhr. Tempo 80. Bin in 50 Minuten da. Okay, let's go. Du und Nina übernimmt das Situationsdach. Das Stationsdach. Ich nehm den Bojack. Warte auf mein Signal. Dauerfeuer. Alles klar? Yep. Shit. Äh, wo komm ich vorhin nicht hinein? Ja komm, ich glaub wir haben alles. Na, haben wir gut gemacht. Steig in den Thorn. Oh shit, sorry. Äh, äh. Ich wollte grad losfahren. Oh shit. At last. Cool as Auto. Turret Performance Chassis. Und? Und? Sie ist Prime Wheels, nicht sie? Ja. Dreamy indeed. No surprise you wanted her back. Sie complete's me. See? Managed just fine without Mitch and Scorpion. Listen Vy, it's not over yet. It's not? You got the cargo, you got your car. I did not get Nash, who was not in Rocky Ridge. The fucker didn't show. So it was about vengeance? The whole time? The hell you know about me? Either you're not being straight with me, or you don't know what you want. Hard to say which is worse. Just listen to me for fuck's sake. I know where their little hidey hole is. We'll take the old unfinished freeway nearby. They will not be expecting us. I'm sure of it. Let's go. All right. So where's this hideout? A hop and skip away. Spendabai. Thanks Vy. What Nash did. Auch wenn das nicht Teil der Abwachen war. I placed my trust in him. He was the first person I worked with after leaving the Aldecaldos. After I came to Night City. And I granted him my trust. I get it. Now how you feel. Had someone betrayed me just like that once. And did you make them pay? Never got the chance. Someone else got you in first. But if they had it? Would you have done it? Would you have done it? No doubt. Without skipping a beat. Let's get this over with. No doubt. 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 And don't doubt. No doubt. What the riktlin' pain soient. Was macht Pennem denn da? Warte kurz, äh, 24 haben wir dann eine bessere Waffe vielleicht, die macht 40 Schaden, wäre schon mal besser. Hier ist glaube ich eine Schrotflinte gleich ganz nice, Power-Schrotflinte mit 200 Schaden, why not? Ich seh es. Fuuuuck Okay Okay. Stolzflint ist doch nicht so schlau. Why not? Right! Auch nicht so gut. Sorry. Braucht er kurz ein Scharfschützengewehr. Bitte bumme. Hennen, pass doch auf. G-9, auf dem Blatt. Wir sind mit der Schreie. Das wird sehr gut. Lade nach. Wieso geht Panem da einfach so rein? Oh yeah! Venom läuft einfach voll ins Zeug hinein, ohne irgendwie nachzudenken. Video Maker! Was? Alecaldos und Pen and Palmer. Lass mal kurz schauen. Das Mädel ist ein Aldecaldo und könnte ein Problem werden. Aldecaldo lag er in der Nähe, wenn der Job schief geht. Gegenstand, Gegenschlag denkbar, aber scheiss drauf. Pen and Palmer, nur in NC. Aldecaldos ist neuerdings in NC aktiv. Oder anderer Grund. Mädel fragt nach Job im Afterlife. Aldecaldo strecken Wühler aus. Oder Palmer ist alleine. Okay, Job an Land gezogen. Palmer ahnt nichts. Findet Fixer vielleicht schon, aber wenn sie ist wie die anderen, ist es ihr scheiss egal. Solange die Ware transpiriert wird und die Eddies ankommen. Wagen ungefähr so viel Wert, wie wir dem Ungarn schulden. Legen noch ein paar Pakete drauf und gut ist es. Okay. Weiss sie. Wir wollten also Pen und das Auto. Bloß haben. Damit sie Schulden, äh, wieder zurückzahlen können. Naja, das habt ihr jetzt davon. Hat sich nicht gelohnt, würde ich sagen. Zumindest nicht für euch. Ich fand's ein bisschen weird, wie es einfach da rein gerannt ist. Nix. Einfach so ohne... Ohne Bedenken. Einfach voller Kanne rein ins... Abenteuer. Hi zu Hause. Oh, da gab's... Mienen. Ich hätte sprengen können. Hätte man hier früher sagen sollen. Hat er hier noch eine Waffe fallen lassen, vielleicht? Nicht. Habe ich gerade einen... ...dingsgefunden, was Selbstmord hieß? Hallo, Bro. Pan Am. Was? Was hast du wieder gesagt? Solve deine eigenen Probleme? Was? 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 6th Street Merch? Nash can't deliver it anymore. But, if you ask nicely, I might be able to help you. Help me? I took my cut up front, honey. But I guess I'm touched. Was actually wondering if you wouldn't forget about Biswell you were out chasing down a vendetta. Fuck! So, feel any better? Maybe a little. Let's get out of here. Vergleich, ich... ...hab leider zu viel dabei. Muss ein bisschen Stuff weg... ...kriegen. Ich habe zu viele Wappen aufgesammelt. Naja, man kennt's nicht anders. Irgendwie das Problem... ...so unglaublich vielen Spielen nicht mehr. Und zu wenig Inventarplatz hat. Und zu schnell das ganze Zuballmüll... Und zu verbessern! Ich habe noch keine Zuballmüll... Ich glaube, ich habe die Zuballmüll. Egal, ich habe den Zuballmüll Danny geang. Ich habe kein Zuballmüll. Und diese Zuballmüll Ladies! Ich habe das vorgelegt, ich habe das Leib-Spetalm Phill-Ach titeln. Ich habe das zuballmüll. Ich habe das Zuballmüll ausgehalten. Ich habe das Zuballmüll mit Babys. 268 Naja Hier drüben habe ich noch gar nicht geschaut Ob es hier was gibt Und hier gibt es auch ein bisschen was Schöne Waffe Ein bisschen Munition Und noch ein bisschen Moneyball Das ich Das richtig sehe Poncho und Groovy Bin gestern nicht fertig geworden Also schreibe ich dir Hier Kannst du ja lesen Wenn du mit den Farben in den Salinas fertig bist Viel Glück wo wir dabei sind Also ich habe noch nie davon gehört Dass irgendjemand wieder aufgenommen wurde Wenn er erstmal ein Raffin war Aber vielleicht sollten wir die Ersten sein Die sind doch eh alle verlogen wie sonst was Ich meine das ganze Leben lang Würgen sie einem ununterbrochen Diese Scoop Scheisse rein Von wegen Die Familie geht vor Und der Clan muss zusammenhalten Aber sobald man mal in Schwierigkeiten kommt Verstoßen sie einen Wir sind nicht in Schwierigkeiten gekommen Wir haben zwei unserer eigenen Leute umgelegt Insofern Hatten die schon einen guten Grund oder? An der Anstelle würde ich daran keine Gehirnzellen mehr verschwinden Salinas ist erledigt Lief super Ich komme mit vollem Wagen zurück Okay Vielleicht hatten sie einen guten Grund Aber wie sieht es denn mit Vergebung aus? Damit jemandem nochmal eine Chance zu geben? Ich sag's dir Die wollen, dass es die Raffin gibt Das ist so als wären wir ein Negativbild von denen Ein verzerrter Spiegel Damit sie sich uns überlegen fühlen können Aber sie begreifen einfach nicht Dass Night City keinen Unterschied zwischen ihnen und uns sieht In der Stadt denken die wir Denken die Wir sind alle gleich Für die sind wir alle eine grosse Gang von herumströhnenden Freaks Die ausserhalb des Systems leben Das ist einfach abgefuckt Keine Frage Poncho Ist Skyler wieder sauer auf dich? Sie lässt dich gerade nicht ran, oder? Du wirst nämlich Immer vor Poeti schon so'n Scheiss Wenn's dir keiner besorgt Mehr ficken, weniger philosophieren Im Ernst, Mann Spannende Sache Hätten wir das auch? Und jetzt haben wir ziemlich überzogen 25 Minuten Daher würde ich sagen War's das Video von dieser Folge Von Cyberpunk 2077 Nächstes Mal geht's weiter mit Pennem Und bis dahin Haut rein Tschüss Tschüss Gotti Ich hab hier In 2077 In 2077 Votten MyCity The Worst Place To Live In Amerika Main Issues Sky High Rate Of Violence And more people Living Below The Poverty Line Than Anywhere Else 字幕 Das Moby Das Moby Das MonsterCómo Das Moby Das Moby Untertitelung des ZDF, 2020 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 Samurai We have a city to burn 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 We have a city to burn